Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Mittwoch, dem 8. Dezember 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 1129. Und heute habe ich die folgenden Themen mit dabei. DuckDuckGo, Live360, Gravatar, AVM und Oppo. Und ich starte gleich mit DuckDuckGo. Die alternative Suchmaschine hat Google einen kleinen Schuss vorm Bug gegeben. Wie? Ja, mit einem Update der eigenen DuckDuckGo-App, die nämlich gegen App-Tracking vorgeht unter Android. Etwas, was bei Apple schon länger gang und gäbe ist, dass einzelne Apps untereinander nicht gewisse Daten mitnehmen können, sehen können, was man ergoogelt und so weiter. Ja, Google schlimmer Finger ist und könnte bald bei Android auch zu einer gegebenen Möglichkeit werden. Sofern man natürlich DuckDuckGo nutzt zum Browsen und zum Suchen besser gesagt und die App natürlich auch installiert hat und die Möglichkeit gegeben hat, dass man eben das unterbinden kann. Das Ganze ist aktuell noch unter Beta. Wie man das macht, öffnet einfach die DuckDuckGo-App, öffnet oben rechts die drei Punkte und da könnt ihr dann in den Einstellungen neben der E-Mail-Protection auch die App-Tracking-Protection aktivieren und schon seid ihr mit Beta da dabei. Respektiv, ihr kommt auf eine Liste und werdet dann freigeschalten, sobald das Feature auch für euch da ist. Vor kurzem habe ich euch berichtet, dass der Tracker-Anbieter Tile die Möglichkeit Schlüsselbund sich tracken zu lassen, also nicht tracken im Sinn von jemandem verfolgen, sondern tracken im Sinn von, wenn was verloren geht, Gegenstände aufzufinden. Das, was ja Apple mit seinen AirTags macht und Tile schon ein bisschen länger. Und da habe ich noch gesagt, das Ganze scheint sinnig, weil eben der neue Käufer von Tile Live360 bis an ihn nur einen Dienst hatte und das Ganze jetzt mit Hardware ergänzt. Ja, man muss auch die AGBs richtig lesen. Ich bin froh, habe ich meinen Tile nicht mehr in aktiver Nutzung. Was ist passiert? Ja, man hat herausgefunden, dass dieser Dienst Live360 Daten verkauft und zwar nicht ganz deren wenige. Insgesamt wurde das an ein Dutzend Firmen verkauft, die dann auch wieder die ganzen Daten an weitere Datenhändler verkauft haben. Munteres Datenverkaufen. Jetzt bleibt zu hoffen, dass die AGBs von Tile nicht in dem von Live360 angepasst werden. Ansonsten muss man die Dinger gleich wegschmeißen. Das ist ja gefährlich, das ist unschön, das ist einfach... Ja, Tile ist den AirTag totgestorben, irgendwie würde ich doch sagen. Gravatar, die hatten eine unschöne Lücke. Man konnte nämlich, also man konnte Hacker abends geschafft, die Daten rauszuholen und die MD5-Hashes zu öffnen, sodass man eben die ganzen Daten hat auch lesbar machen können. Das heisst, Nutzer von Gravatar, und das sind doch 167 Millionen, da gibt es jetzt Namen, Nutzernamen, E-Mail-Adresse und Referenzen, wie eben wo die ganzen Avatare genutzt werden, frei in diesem Internet und oder käuflich zu erwerben in diesem Internet. Wer also auf den Dienst Gravatar setzt, sollte vielleicht das Passwort zurücksetzen und da mal ein bisschen aufräumen. Die Berliner Netzwerkschmiede AWM hat die Fritzbox 7510 vorgestellt, welche nächstens in den Verkauf kommen soll. Das ist ein neues Einstiegsmodell im Bereich der DSL-Modems aus ihrem Hause, die Vela Wi-Fi 6 unterstützen und gleichzeitig haben sie auch angekündigt, oder der kam in Verkauf, zumindest in Deutschland, muss man checken, wie das in der Schweiz ist, der Fritz Repeater 1200 in der AX-Version, der auch Wi-Fi 6 kann. Da kommt langsam Schwung in die Bude mit Wi-Fi 6. Das gefällt mir sehr, sehr gut. In der kommenden Woche wird Oppo seine sogenannten Oppo-Inno-Date durchführen. Das ist so ein zweitägiges Event, kann man ihn etwa gleichsetzen mit der WWDC oder der Google-Geschichte, die im Frühjahr jeweils ist. Oppo macht das immer im Dezember und da plaudert man ein bisschen auch über zukünftige Geschichten, über Innovationen, über Entwicklungen und da Oppo generell sehr offen ist und immer wieder mal was zeigt, was in Zukunft kommen könnte, ist das natürlich eine grosse Messe für Leute, die gerne in die Zukunft spekulieren. Man hat dezent angeteasert, dass man das erste Smartphone mit einem richtigen Zoom, der also aus dem Gerät rausgeht, vorstellen wird. Das erste von Oppo, muss man dazu sagen, Samsung hat ihm, wann war das, 2013, 2014, schon mal was Ähnliches vorgestellt, obwohl es da eher eine Kompaktkamera mit einem Smartphone drangeklebt war, in bös gesagt. Und bei Oppo soll es wirklich ein Smartphone mit einem herausfahrbaren Zoom sein. Ich bin da sehr, sehr gespannt und werde das auf jeden Fall für euch verfolgen. Mal schauen, was denn da kommen wird. 14. oder 15. ist, glaube ich, der Termin für dieses Event. Ihr dürft also gespannt bleiben. Das waren es die Neuigkeiten, die ich heute für euch habe. Ich hoffe, ihr habt einen schönen und erfolgreichen Tag und wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dann, euer Bo Gipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.